Waaaaaas? Sekunde! Viel zu laut! Ich kann nichts anmoderieren! Ach du Scheiße, was ist das? Hilfe! YouTube! Was? Okay, alle! Scheiße! Oh, wie sehe ich mich jetzt ab? YouTube das braucht! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Early Access Projekt Milky Boobs! Ja, ich bin eine Frau, ich kenne mich mit Brüsten dementsprechend ein bisschen aus, zumindest wie man sich damit fühlt, dachte erst mal okay bei dem Titel so von wegen, man sah was war das, was man auf dem Cover sah im Steam Shop? ein Kerl und ich dachte geht es bei diesem Spiel darum mit Brüste schön zu massieren dass die Milch rausspritzt? Nein! In diesem Spiel geht es darum, dass wir auf einem Inselparadies im Urlaub sind und die Frauen sind alle durchgedreht und was wir machen müssen ist sie mit unserer Milch zu beschießen damit sie endlich wieder ruhig werden und Milch wir schießen wirklich Milch scheinbar Oh Gott Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Oh Gott! Was zum Coming soon, coming soon, coming soon, coming Ah! Und wir aus irgendeiner Waffe schießen wir sie ab Das 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 Mauszeige Mauszeige Sie sagen Oh Also wer sich das dann auch antun möchte Bisher 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 Sie 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 Ja Ja Oh indem wir sie mit indem wir sie mit Milch beschießen Ja 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 Achso Nachladen Okay Habe ich jetzt nur noch einen Schuss Milch übrig oder was ist hier los? Hui! Das ist irgendwie Was ist das hier? Okay die Frauen kommen uns hinterher nehme ich an Also Rennen ist hier super anders als bei Bambi Kann man hier in einem vernünftigen Tempo rennen Komm her du harte Babe du willst es doch auch Und wir haben keine Milch mehr Scheiße ich kann nicht mehr spritzen Gib mir was zum spritzen Ach du Scheiße Okay Okay Ich schau mich mal um Also hier ist auch noch was Wir haben da unten so eine Prozentanzeige Also das ist für mich eigentlich eine Lebensanzeige Ist da noch geplant dass man hier auch irgendwann mal Leben verliert? Ich weiß es nicht Babes Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Mir ist so heiß Ich brauche dringend einen Schuss Oh geil Einen Schuss Milch Ich brauche Milch Kommt lasst mich eure Lass mich eure Schlubber wegschießen Oh ich gebe euch meine weiße Suppe Ihr kriegt weiße Suppe Wenn ihr so unbedingt meine weiße Suppe wollt Dann hier bitte Aber eins verstehe ich nicht Wann ein Schuss akzeptiert wird Also ich glaube hinter uns vorhin war auch noch ein Container mit Milch Aber hier ist auch was Ach du Scheiße das Spiel ist so krank Was ist denn mit dir? Du bist normal? Ist egal ich töte sie trotzdem Ah Ah die ist vollends befriedigt Oh Sieht seltsam aus Heißes Babe auf 12 Uhr Oh Gott Oh Gott da macht sie Oh sie macht die Beine breit Sekunde Mit meinem Pistolen Penis Sek Darf ich Darf ich Also hier der Pistolen Penis Sekunde F12 Ayo Mädchen Das geht so nicht Oh oh Die ist auch ganz Ja Hier Meine Güte ey Sekunde Okay Ich brauche einfach ein paar Screens Äh Mädels Lasst mich euch eine Abkühlung schaffen ah Was ist das Was sind das denn für Geräusche? Also wenn mich jemand mit weißen Dingern bespritzt dann mach ich auch Dann mach ich andere Geräusche Was. Auf malef Mal noch nicht Hä? Was soll das? Ich verschieße einfach mal. Ist das jetzt schon so früh ein Spiele-Bug? Sekunde. Bugs! Hier kommt der nicht hin. Ich bin sicher für euch. Sekunde. Äh... Nie. Ich hab's nicht mehr drauf, YouTube. Ich hab's einfach nicht mehr drauf. Sekunde. Ich starte das mal neu. Okay. Es gibt keine Endfunktion. Es gibt nur Continue. Ich drücke Ender und es passiert nichts. Dann, äh, okay. Okay. Alte vier. Hä? Okay. Kein Problem. Ich starte dieses... Oh, hübsch. Oh, schöner Screenshot. Oh, geile Weiber am Boden. Ja, Mann! Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Äh... Ich weiß nicht... Wie ich das ernst nehmen soll. Ich... Okay, gut. Man soll es nicht ernst nehmen. YouTube, machen wir uns nichts vor. Drunken Apes. Nichts gegen euch, aber ihr wisst, dieses Spiel ist total bescheuert. Ich sehe gerade übrigens nur einen weißen Loading-Screen. Und das braucht's. Prost. Eigentlich müsste ich passend zum Spiel jetzt noch eine Milch trinken. Okay, wir spielen nochmal... Oh Gott, ey, das... Nee, das sieht aus, als hätte mir jemand auf dem Bildschirm gewixt. Boah, ey. Das ist so ein kranker Spiel, YouTube. Äh, ich fass es nicht. Hey! Begonne? Nein! Huiiii! Oh, ich bin zu groß dafür. Man kann hier aber auch einfach nicht vernünftig mit zielen. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Warte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, Mann! Ich hab's voll drauf. Gehst du mal? Da ist mir gerade eine zugeflogen. Oh, ich brauch neue Milch. Habe ich denn was gesehen? Da ist sowas. Habe ich denn was gesehen? Da ist sowas. Also, manche kann man mit einem Schuss... oder vielleicht gibt es auch hier sowas wie ein Headshot. Ich weiß es nicht. Nääääääääääää! Oh mein Gott! Es ist die Weibe Apokalypse. Ich weiß ja nicht, aber... Wenn man als Mann so einen Urlaub hätte, wäre man dann erfüllt von perversen Fantasien? oder im Land der Träume. Ich meine, du kannst Frauen mit weißen Sachen bespritzen, aber das Einzige, was diese Frauenheit befriedigt, ist Milch. Die wollen an Papas Brust. Ach du Scheiße, ey. Bleib da mal stehen. Das ist meine Milch. Ich will nicht auf diese Frau drauf. Jo, das ist das perfekte Bild. Ah, 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 aha. Hey, hier. Mach du auch A. Wir sind jetzt alle beim Arzt. Wir machen jetzt alle einmal A. Was macht ihr da? Okay, die haben sich... Es gibt einfach zu viele interessante Screenshots hier. Was ist das? Sie macht Yoga. Das sieht heute so aus. Oh, guck mal. Oh Gott, ey. Diese Geräusche. Das klingt ja wie eine kaputte Barbie-Puppe. Macht, hat... Nee, Baby Born meine ich. Und hat die jemals Geräusche gemacht? Ja, da hast du verdient. Okay, also die werden wiederbelebt. Scheinbar. Und irgendwann brennen die dann halt. So, hier, bist du erfrischt. Ich warte dann mal im Pool auf euch, Mädels. Sekunde, was steht denn dort? Ach, Mädels, ist das euer Ernst? Ach, Mädels, ist das euer Ernst? Ach, Mädels, ist das euer Ernst? Das sieht gut aus. Sekunde. Ein paar Brüste in einer Gefrü- Gefrü-Truhe. Ach, Mädels, euer Ernst da hinten. Könnt ihr mich mal hier runterlassen? Ich weiß, ich bin der Größte, weil ich euch mit Milch abspritze. Äh, äh... Das ist meine Milch! Bleibt von meiner Milch weg, you... Ich wollte jetzt YouTube sagen, aber ihr macht hier gar nichts. Tschüss. Was wollen die denn alle da? Okay, YouTube. Wir schauen uns jetzt mal um. Oh Gott, überall sind weggewordene Weiber. Ah, guck mal. Die tanzt eine Runde. Schönste Musik. Was? Bööö. Jede Menge Screenshots, auch für Instagram. Ach du Scheiße. Ganz ehrlich, ich würde an diesem Ort keinen Urlaub machen wollen. Okay, vielleicht... Vielleicht kann man die ja auch anders abkühlen, aber ich... Weiß ja nicht. Ja. Hast du... Geht's dir? Ja. Nee, nee, bleib mal weg, bleib mal weg. Ich schaue mich gerade in diesem Ferienparadies um. Also, überzeugend. Nachdem wir jetzt ein bisschen Spaß hatten. Ja, Mädels, komm mal her. Nein, nein, unter den Schirm her. Komm mal hier hin. Ich brauche ein paar Sprungbretter. Das ist hier sehr krank. Ja, Mann. Dann habe ich mir eigentlich dieses Ja-Mann angewöhnt. Yes. Okay. Finde ich gut, finde ich gut. Wir gehen ganz hoch hinaus hier. Nein. Doch. Nein. Stopp. Hör auf. Was machst du? Warum machst du es? Okay. Nein. Hi. Oh, ich glaube, da ist eine Alpha-Wand. Oder? Toll. So. Ups. Hör. Okay, okay, okay. Wo bike ich hier rum? Wo bin ich? Ah, ich bin noch, äh, generell bin ich oben. Hör. Verdammt. Ne, Alpha-Wand. Aber ansonsten, ein Ferienparadies voller heißer Babes. Oh ja, die da hinten, die möchte ich auf dem Schirm haben. Sekunde. Wahnsinn. Wahnsinn, YouTube. Hops. Also an sich finde ich das echt schön. Ich mache jetzt hierbei ein paar Screenshots. Das Geräusch dürfte zwar eine Aufnahme sein, aber nicht das Overlay. Immerhin. Und, ähm, einfach um natürlich auch später was zu zeigen. Man könnte das Ganze natürlich noch nach da hinten ausweiten. Das ist es zwar wahrscheinlich nicht. Noch gibt es hier auch keinen Fallschaden. Uah. Ach, nö, Babes. Bleibt mal weg. Ich will gerade wirklich keinen Sex. Auch wenn ich euch die ganze Zeit hier voll spritze. Verdammt. Ja, okay. Sonst irgendwo was, wo man hoch kann und vielleicht eine schöne Aussicht hat. Ich möchte da hoch. Höh. Okay. Sie wissen nicht, sie wissen nicht, wo ich bin. Oh. Okay. Okay. Wallhack. Yay. Sekunde. Geil. Ein Pool im Haus. Das sieht auch. Ja. Gar nicht so schlecht. Gut. Also hier können wir noch nichts wirklich machen. Ich bin gerade durch ein paar Wände durchgerannt. Ah, okay. Generell ist hier noch nichts wirklich jeder Wand solide. Also raus ist das Spiel erst seit zwei Wochen. Von Hobbyentwicklern, die, äh, ja, selber sagen, sie können noch nicht so viel. Aber auf jeden Fall schaffen sie es, etwas generell Funktionierendes hinzubekommen. Es funktioniert, man kann ein bisschen was machen, aber man kann, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht sehr schnell ist oder sehr, sehr, sehr viel Milch im Vorrat hat, noch nichts hier wirklich abschließen. Ein Weg voller Sex besessener Biester. Da hinten geht die Party ab. Sag mal, wer lacht denn hier? So. Und irgendwann, die spawnen die Weiber einfach alle. Ich sehe euch nicht, ihr seht mich nicht. Und die Gebäude sind alle ziemlich gleich. Mal haben die halt noch so ein Gitter irgendwo. Mal ist da kein Schirm, aber an sich unterscheiden die sich nicht zu sehr. Kann man da oben rein? Hi, ich brauch dich mal. Als Kletterhilfe. Ja, da stehst du falsch. Verdammt. Hier. Okay. Okay, 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 okay. Ich schaff das. Ich schaff das nicht. Springen bringt mich hier auch nicht weit. Ich bin festgeheckt. Festgepackt. Okay. Ende. Geben wir ihm Zeit. So ungefähr drei Stunden. Ach ja. Was sagt denn WhatsApp? Ah, wir haben eine neue Karte. Ah, wir haben eine neue Karte. Das war's.